Kappen mitzuzocken oder so und dann, ja, kriegen wir das schon gebacken, oder? Hauptsache ihr habt Tier 5er Schiff. Ne. Gut, ansonsten würde ich sagen, das war's vom Streamen. Ich guck hier nochmal die Teamwertung durch. Ja, ich hab jetzt überhaupt gar nichts... Du warst gut mit dabei. Durch Kill-Abstauben, weißt du? War gut. Du warst Zweiter, aber ein Tier 8er-Gefecht ist das schon gar nicht so schlecht. Ne. Lust auf TTT? Ne, ich muss jetzt leider Penn gehen, weil ich muss ja morgen arbeiten. Deswegen wird das schwierig. So, ich hab... Ja, auf die eine North Carolina, jetzt haben wir 30.000 gemacht, ne? Also... Die Scharnhorst hat nur 700, aber gut. So, ansonsten hab ich Geld verloren oder Geld gewonnen? Guten Morgen. Na? Geld gewonnen, okay, gut. Ja, zum Hafen. Ansonsten, wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Stündchen auch wieder gemacht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Stream wieder. Bis dann, ciao. things magnifiques da sind. Bis dann.